Vor ein paar Monaten bin ich das erste Mal mit dem Thema Sportzahnmedizin in Berührung gekommen. Und ja, nach gut einem Dreivierteljahr kann ich wirklich sagen, dass ich sehr, sehr happy bin, dass ich bei Andi und seinem Team gelandet bin, denn ja, wir Sportler, wir drehen einfach jeden Stein mehrfach um und da bietet einfach die Sportzahnmedizin einen weiteren Baustein. Denn die Regenerationsschiene, muss ich sagen, ohne die kann ich es mir fast nicht mehr vorstellen. Ich habe sie jeden Tag an und ich habe einfach das Gefühl, dass sie mir gut tut, dass ich einen Ticken besser schlafen kann. Und Schlaf ist für uns Leistungssportler einfach immens wichtig für die Regeneration, dass wir am nächsten Tag wieder voll durchstarten können. Und ja, den Mundschutz möchte ich definitiv auch nicht missen. Ich bin auch in einem Sport unterwegs, in dem es mal ganz schön zur Sache gehen kann. Und da müssen die Beißerchen auch ein bisschen geschützt werden. Ich möchte kein Paddel im Gesicht haben ohne Mundschutz. Ja, und auf diesem Wege, Andi, möchte ich mich auch noch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei dir und deinem Team. Ihr macht einen grandiosen Job. Wir Sportler sind sehr, sehr happy und dankbar, dass wir euch haben. Solche Leute brauchen wir einfach, die für den Sport brennen, genauso wie wir Sportler. Danke. Danke.